Norddeutscher Rundfunk 2021 Na los! 90 Sekunden! 20 Sekunden! Die Zeit ist stumm. Alle raus! Los! Wie sieht's aus? Sehr gut. Ja? Sehr gut. Dollar Dollar Bill, ja! Jeder Tresor kann irgendwie geöffnet werden. Keiner ist Wetter, Erschütterungs- und Diebstahlsicher. Dies ist der am besten gesicherte Tresor der Vereinigten Staaten. Vielleicht auch der Welt. Was willst du klauen? 7 Milliarden Dollar. Mehr oder weniger. Wie wird aufgeteilt? Jeder erhält denselben Anteil. Wer futtert Spaghetti mit Stäbchen? Eine Milliarde Menschen. Du hast was von Biometrik erzählt. Nicht unterbrechbarer Stromfluss. Sicherheitsteams, die Billens sind, alles und jeden zu töten. Ein bisschen zu einfach, oder? Das ist unser Gegner. Roger Salas. Die Welt glaubt, er sei ein Wirtschaftslenker und ein Mann, der Werte vertritt. Die Welt hat keine Ahnung. Du hättest bei mir einsteigen können. Dann wären wir jetzt reich. Ich wurde betrogen. Nein! Nein! Er hat einfach alles. Was ich habe, ist eine Möglichkeit, es gerechter zu machen. Wir bestehlen ein paar der einflussreichsten Menschen der Welt. Das ist unsere Chance, alles in unserem Leben gerade zu rücken. Bist du dabei oder nicht? Dann gibt's noch eine Jafftextra, hm? Wir legen los! Und Mumbai. Dann ist die Idee防zsaus. Irrer werden rundet. Dann bist du dabei. Wir lieben. Ich rede matters dem frei, das erste Mal. Wir lesen. investigator ein booth. Wir lesen Antien кол Breit Vancouveráningo. Vielen Dank.